Ich weiß nicht, was ich sagen soll, liebe Weihnachtsfreunde. Und ja, Softbox ist wie gesagt unterwegs. Zur Weihnachtszeit kann das ewig dauern, bis die ankommt. So lange müsst ihr mich ertragen als Schlumpf, ja? Ihr habt vielleicht das letzte Overwatch-Lootbox-Unboxing gesehen gehabt, ne? Da, Weihnachts-Skin-mäßig, hatte ich nicht so viel Glück, sag ich mal, ne? Aber, liebe Sebastian, der hat das ja, der hat mir ja... die zur Verfügung stellt, die Lootboxen, ne? Per Code. Und dieser wunderbare Ehrenmann hat sich gedacht, okay, ne, gönne ich ihm noch welche, ne? Und er hat mir noch welche gegönnt, und zwar über 50 Stück. Das heißt, uns erwartet ein tolles Unboxing mit über 50 von diesen tollen Geschenk-Boxen. 50! So viel wiegt zum Beispiel allein mein Arm. Zwei Stück habe ich mir selber erspielt gehabt, die habe ich noch über, deswegen steht da 52. Die machen wir jetzt auch ganz unspektakulär weg. Diese ersten zwei, das sind ja Loserboxen, ne? Die braucht keiner. Ne? Die Loserboxen, die von Loserwatch, ne? Aber, ab jetzt beginnen die 15. Dann geht's los. Ich hoffe, du hast mir Glück gebracht dieses Mal. Und ich bekomme nicht nur einen wunderbaren Lucius-Skin, sondern auch noch andere weitere Skins. Oh, hier. Cool, Blalbin. Komm, machen wir mal rein. Noch kein Legendary, ich habe nur noch 49 Boxen. Okay, nein, ich höre auf damit. Noch gar kein. Was soll das denn? Das ist doch... Oh! Ausrüste. Ich rüste die so gerne aus. Aktuell mache ich so alles so ein bisschen, wenn ich kann. Alles so ein bisschen winterlich. Dann rüste ich das immer aus. Oh! Alle Farben! Bunti, Bunti, Bunti! Credits! Das Icon von Junk, und... Den Winter-Sombra-Skin vom letzten Jahr. Wunderbar, den finde ich auch gut. Das finde ich gut. Das war eine schöne Bunte-Box, oder? Die hat mir gefallen. Die fand ich toll. Oh, blau, blau, episch blau. Das ist die Metra-Highlight-Intro. Das mache ich mal rein. Ne, das kann man auch gebrauchen. Aber Geld bekomme ich auch sehr viel. Warum? Gibt es im echten Leben keine Loot-Boxen, mit denen ich Geld bekomme? Hä? Warum? Und... Ah! Oh! Ja! Finde ich auch okay. Hatte ich auch noch nicht. Den Anna-Schnieskin. Aber ich möchte Zarya oder Junkwet. Bitte, bitte, liebe Spiel. Lass mich... Merry Christmas! Merry Christmas! Lass mich doch mal... Lass mich Glück haben. Ich habe jetzt schon... Zwei schöne Legendary-Skins bekommen vom Winter, die ich noch nicht... Oh! Geil! Das Geschenk-Papier-Bestschutz-Skin. Den wollte ich auch. Heute ist mein Hals wieder so richtig fertig. Ne? Ich habe richtig... Oh! Richtig... Oh! Komm schon! Ich hätte gerne was Tolles! Ja... Okay, die Kiste war echt nicht geil, ne? Also... Da gibt es deutlich bessere Sachen. Die ist auch nicht geil. Mh! Ich lege dich auf Eis! Ich habe hier aber schon Sprüche. Lass mich mal die drinnen. Was soll's! Ich hoffe, in einer der Loop-Boxen ist eine Hals-Lutsch-Pastille oder so. Oh! Wieder alle Farben und... Immerhin ein Ash-Skin. Ich hatte noch gar keinen Legendary-Ash-Skin. Da kann ich mich gleich beschweren. Aber ich lasse das mal so stehen. Ähm... Ich habe nämlich den Winter-Ash-Skin bekommen. Lass mich erst mal drinnen. Aber... Mein erster legendärer Ash-Skin. Finde ich okay. Ne? Ein geschenkten Maul. Schaut mal nicht ins Gaul. In dem Moment. Aber... Jetzt kriegen wir nochmal hier an. Ich wollte es sagen. Jetzt gibt es nochmal Legendary. Ich wollte es callen. Aber man kann nicht immer auf calling ein Legendary ziehen. Aber es ist episch. Oh! Den habe ich auch noch nicht. Den Reinhard-Festlich-Skin. Ey, das finde ich cool. Ich habe die von Besschen bekommen und die von Reinhard. Die epischen Winter-Skills. Die wollte ich haben. Finde ich super, dass ich die bekommen habe. In der Hinsicht, dass sie mich schon mal top Glück gebracht. Ne? Wie ich mir mal gesagt habe. Oh! Ja! Die hatte ich auch noch nicht. Oh! Die hatte ich auch noch nicht. Den wichtigen Skin von Tracer hatte ich auch noch nicht. Du hast mir Glück gebracht. Ich habe zwar noch nicht Zarya oder Junkwet bekommen, wie ich wollte. Aber andere Skins, die ich unbedingt wollte, habe ich echt bekommen. Ich hatte Glück. Vielen Dank. Ich kann darüber nicht meckern. Dabei will ich es, weil ich nicht die Zarya oder Junkwet-Skin habe. Oh ja! Ich habe das Highlight-Intro bekommen von Waking Ball. Fest Beleuchtung. Das ist so cool. Das ist echt eine der coolen Highlight-Intros, ja? Da bin ich froh, dass ich den auch bekommen habe. Leute! Oh! Legendary, Legendary! Und, 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 bitte, bitte! Okay, den hatte ich auch noch nicht. Finde ich okay. Den voll Zulcher hatte ich auch noch nicht in den Gebirgsjäger-Skin. Das ist okay. Boah, kennt ihr das, wenn ihr denkt, echt das Gefühl habe, die ganze Zeit, ihr habt irgendwas am Hals stecken. Das ist so ätzend. Und ihr redet und ihr müsst dann durchgehend gefühlt, habt dieses eklige Husten-Gefühl. Ha! Krank sein! Suckt! Ist unter euch ein Arzt, der kann mir irgendwie so ein Care-Paket schicken. Oh, das neue Emote von, äh, Torbjörn. Das ist cool. Da, da bin ich froh, dass ich das bekommen habe. Das ist echt cool. Das ist geil. Das freut mich. Ich hätte auch gerne den von... Oriza, den Emote mit dem Hund. Der ist nämlich auch sehr cool. So, jetzt kommen die letzten 20 Lootboxen gleich. Dann ist Schicht im Schacht, ne? So, die letzten 20 Lootboxen sind angebrochen. Das ganze Gehusten, was ich rausschneiden muss. Der Horror. 18. 18 Boxen noch. Komm schon. Ich möchte bitte Zaria. Ich würde mich so freuen über Zaria, weil ich spiele die echt gerne aktuell. Und deswegen wäre der Zaria-Skin echt toll für mich. Einfach, weil ich die aktuell gerne auch mal spiele. Okay. Ich habe gefühlt, gleich alle Winter-Skins, die vom letzten Jahr und so, von den letzten Jahren. Die habe ich gleich alle. Aber nicht die von diesen Jahr. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber hatte ich auch noch nicht. Vielen Dank dafür. Es wird weihnachtlich in meiner Skinsammlung. So ist nicht. 13 Stück noch. 13 Stück für einen Legendary vielleicht noch. Das ich gerne hätte. Das wäre cool. Licht ging. Habe ich schon. Oh Mann, ehrlich. Aber ich habe wieder 5600 Credits oder so. Ich könnte mir den dann auch kaufen. Aber ich denke mir immer so, ah ja, kriegst du den Lootbox irgendwie und dann ziehst du den und hast den doppelt. Oh, Legendary, Legendary. Bitte, bitte, bitte. Hans hat ihn auch noch nicht. Ich sage euch, ich bekomme jetzt alle vom letzten Jahr. Alle von den letzten Jahren. Bekomme ich alle gerade. Ah, von diesem Jahr habe ich nur Loots zu bekommen. Nur Loots, jo. Aber ich bin froh, dass ich sehr viele bekommen habe, die ich noch nicht hatte. In der Hitze hast du mir echt Glück gebracht, Sebastian. Vielen, vielen Dank. Wirklich denn. Aber einen der aktuellen, das wäre toll gewesen. Aber ich hatte viel Glück. Ich kann nicht meckern, ich hatte viel Glück. Muss ich ja gesagt haben. Komm, 5. 5 Stück noch. So, die letzten 5 sind angebrochen. Oh Mann. Ich habe alles aus der Kiste. Komplett. Komplett Kohle bekommen. Ja, okay. Habe ich auch schon das meiste. Drei noch. Drei Stück. Und ich bekomme auch nur Sachen, die ich schon habe, ne? Ich habe jetzt über 6000 Gold wieder. Okay, eine Truhe. Guckt euch das an. Ich bekomme nur Sachen, die ich schon habe. Ich kriege nur Geld. Doppelt, 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 doppelt. Vielen Dank. Letzte Lootbox. Die letzte. Oh Mann. Das wäre toll gewesen, ne? Geld ohne Ende, Freunde. Geld ohne Ende. Das war wieder eine wunderbare Folge. Overwatch Lootboxen. Ich habe viele, viele, viele Skins bekommen. Ich sage nur, Anna, Sombra, Hanzo, Sulcha. Also, ich habe wirklich mega viele Skins bekommen. Auch vom Winter. Ich kann deswegen, darf ich nicht meckern. Aber leider kein einziges von den aktuellen Winterfilmen. Und das ist ärgerlich. Aber, dadurch, dass ich die anderen bekommen habe, erhöht sich vielleicht die Chancen jetzt. Ich weiß. Kein Glück gehabt auf Zarya oder so. Vielen Dank nochmal. Schreibt mal bitte in die Kommentare, Sebastian Ehrenmann. Vielen, vielen Dank dafür. Und bis zu einer anderen Folge nochmal. Ciao. Let's get a like and a comment. Bis zum nächsten Mal.